Ja, bevor in der nächsten Woche die Sondierungsgespräche stattfinden, wollen wir die Lage schon mal vorsondieren. Herzlich willkommen dazu Anja Heidung, Landesvorsitzende der GAL und Michael Neumann, Fraktionschef der SPD in der Bürgerschaft. Beide Parteien, Grüne und SPD, haben eine interessante Ausgangslage und die gucken wir uns zunächst mal an. Kurt Becks letzter Auftritt in Hamburg. Vor zwei Wochen schien die SPD-Welt noch in Ordnung. Es folgte die Wahl und dann der massive Ärger zwischen dem gescheiterten Bürgermeisterkandidaten und seinem Bundesvorsitzenden. Becks unabgestimmter Linksruck hat die SPD in mächtige Turbulenzen gebracht. Nach Tagen des Schönredens nun der Widerspruch. Wir müssen uns überlegen, ob wir mit einer Partei zusammenarbeiten, uns tolerieren oder gar koalieren wollen, die in Wirklichkeit einen Hauptgegner hat. Das ist die SPD selbst und im Übrigen mit Rezepten aufwartet, die bekanntlich in der DDR schon zu einem Ruin geführt haben. Doch mit wem soll die SPD koalieren, wenn es für Rot-Grün nicht reicht und die Linke verschmiert wird? Einer großen Koalition mit der CDU stünden inhaltlich Fragen der Sozial- und Bildungspolitik entgegen. Die Christdemokraten scheinen Schwarz-Grün ohnehin zu bevorzugen. Der SPD bliebe der Gang in die Opposition und das an der Seite der Linken. Ein Konkurrenzkampf um soziale Themen wäre vorprogrammiert. Wir müssen um die Wähler kämpfen, dieser Partei, aber auch um die Mitte. Und das bedeutet ganz einfach, dass auch in Zukunft, da nicht so weit scharf links geblinkt werden kann, dann laufen uns die Wähler der Mitte weg. Nach dem Aus für die Wunsch-Koalition Rot-Grün bewegt sich die GAL nun auf die CDU zu. Auch wenn in der Schlussphase des Wahlkampfs dieses Modell bei den Grünen höchst umstritten war. Die Elbvertiefung, eine Schule für alle bis zur 9. Klasse und der Bau des Kohlekraftwerks in Moorburg. Knackpunkte, die doch zur Verhandlungsmasse von Schwarz-Grün werden könnten, wenn sich der pragmatische Kurs innerhalb der GAL durchsetzt. Opposition war vielleicht gestern. Es gehört sich doch so, dass man miteinander redet. Und wenn es nicht geht, dann wissen wir auch genau, warum es nicht geht. Und dann können wir hoch erhobenen Hauptes in die Opposition gehen. Wir müssen uns doch jetzt mal fragen, was will eigentlich der Großteil der Menschen, die uns gewählt haben. Die wollen wir, dass wir mit ihren Stimmen jetzt optimal und intelligent umgehen, um die grünen Inhalte umzusetzen, die sie gewählt haben. Das grüne Problem also, wenn die GAL nur wüsste, was ihre Wähler jetzt wollen. Das ist eine große Mehrheit. Wer enthält sich? Ja, geben wir die Frage an Anja Heiduck weiter. Wissen Sie, glauben Sie zu wissen, was Ihre Wähler jetzt wollen? Also ich glaube schon, dass unsere Wähler verstehen, dass wir in ein Sondierungsgespräch gehen. Wir haben ja nicht nur eine Diskussion in Hamburg, wir haben sie bundesweit, ein Fünf-Parteien-System. Und wie gehen eigentlich die Parteien nach der Wahl mit Ergebnissen um, die vielleicht nicht ihren Wahlzielen entsprechen? Und deswegen glaube ich, dass das gut ist, dass wir nach der Wahl zu Gesprächen bereit sind. Im Übrigen haben wir auch vor der Wahl nicht geleugnet, dass wir in so eine Situation kommen können. Worauf stellen Sie sich jetzt ein bei dem Gespräch mit der CDU am Mittwoch? Schon mal harte Gespräche oder werden Sie erdrückt vom Schmuselkurs der CDU? Ernsthafte Sondierung würde ich das nennen, weil natürlich, ich finde, das ist eine wichtige Frage, die zu klären ist. Ob es für uns neue Beurteilungsgrundlagen gibt, was die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit einer CDU angeht. Welchen könnten das sein? Für uns ist es wichtig, ob Ole von Beuys zum Beispiel auch akzeptiert und Schlüsse daraus zieht, dass er für seine Klima- und Umweltpolitik, glaube ich, keine Mehrheit in der Stadt hat. Also konkret Moorburg? Moorburg wird ein wichtiger Gesprächsgegenstand sein. Aber auch bei der Bildungspolitik haben wir natürlich Vorstellungen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Die weichen von der CDU ab und ich bin gespannt, wie der Bürgermeister an der Stelle uns begegnet. Herr Neumann, bei den Sozialdemokraten ist die Lage etwas bizarr. Auf der einen Seite, vermute ich mal, liegen Sie programmatisch mit der CDU etwas dichter als CDU und Grüne beieinanderlegen. Auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass die CDU die Vorliebe eher für die Grünen hat. Mit welcher Wartung gehen Sie denn in das Gespräch? Am Dienstag ist das bei Ihnen. Ja, ich denke, das ist eine demokratische Geflogenheit, sicherlich mit uns auch das Gespräch zu führen. Aber der Bürgermeister hat immer gesagt, er will schwarz-grün. Also Sie stellen sich auch darauf ein, dass das ein nettes Gespräch wird, aber Sie dann doch in der Opposition bleiben. Da lassen wir uns überraschen. Aber ich gehe davon aus, dass es Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gibt. Und wir verschließen uns da nicht. Wir sind da nicht diejenigen, die Nein sagen. Aber die Realität wird wohl die sein, dass es zu schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen kommt. Lassen wir uns noch mal kurz zurückkommen auf das, was Michael Naumann eben gerade gesagt hat. Das hat entscheidende Prozentpunkte gekostet, war seine Analyse. Das, was Kurt Beck kurz vor der Hamburg-Wahl da in Bezug auf die Linke losgetreten hat. Teilen Sie seine Analyse? Na, es ist schon schwierig. Wir Hamburger Sozialdemokraten haben klar vor der Wahl gesagt, wer die Linkspartei wählt, wählt indirekt Herrn von Beust. Das wussten alle Wähler. Wir haben gesagt, wir wollen und werden mit ihnen nicht koalieren, kooperieren und sonst wie zusammenarbeiten. Und das Ergebnis ist es ja. Es gibt keine Mehrheit für die CDU-Politik. Es gibt sogar ein Mandat mehr für Rot-Grün. Aber es gibt keine parlamentarische Mehrheit. Und von daher sind wir jetzt in der Zwangslage, über Schwarz-Grün oder schlimmstenfalls auch eine große Koalition sprechen zu müssen. Wenn es so ist, dass Sie in der Opposition bleiben sollten, haben Sie als weitere Oppositionspartei die Linke links neben sich. Wie stellen Sie sich darauf ein? Die können ja eigentlich immer, wenn Sie irgendwas Soziales fordern, hauen die noch einen Pfund drauf und sagen, wir fordern noch viel mehr. Wie stellen Sie sich strategisch darauf ein? Na, das wird natürlich auch Gegenstand von Beratung in Fraktion und Partei sein. Meine Vorstellung ist aber relativ klar. Wir wollen erstens der Hauptgegner, wird der Senat sein und wird damit die CDU sein und wird nicht die Linkspartei sein. Und auf der zweiten Seite werden wir für sozialdemokratische Punkte stehen. Und wir können uns nicht dagegen wehren, wenn auch die Linkspartei Anträgen unserer Partei, unserer Fraktion zustimmt. Also relativ gelassen, keine Dämonisierung, aber klar und hart in der Sache. Die Frage geht ja im Grunde an beide Parteien. Die Diskussion wird jetzt ganz scharf in der SPD geführt, aber im Grunde betrifft sie auch die Grünen, Frau Heidug. Kann man sich eigentlich langfristig auch in westdeutschen Bundesländern dem verweigern, dass da jetzt die Parteienlandschaft derartig in Bewegung geraten ist und dass da auch ein neuer Mitspieler ist, der auch ein Mitspieler sein könnte? Nein, dem kann man sich nicht verweigern. Im Übrigen, auf der Bundesebene kennen wir das ja auch schon. Da sind wir auch mit fünf Fraktionen im Parlament, da gibt es eine große Koalition. Also von daher muss man... Aber es gibt eine Mehrheit links von der CDU, darauf zielt meine Frage ab. Ach so, in diese Richtung meinen Sie das? Ja. Ja, ich habe das ja als offener gesehen, weil man ja verschiedene Mehrheitsfähigkeiten... Ich hatte es jetzt mal offen, ja. Gut, also mit Blick auf Hamburg haben wir das klar entschieden und ich glaube, man muss das in der Situation bewerten. Und die Linke hat hier im Übrigen selber, ich finde ja auch eine relativ klare Position bezogen, wir wollen in die Opposition. Wir stehen für eine Regierungsverantwortung nicht zur Verfügung. Im Übrigen auch gibt es keine klare Parteiposition zur Tolerierung. Und wir haben selber vor der Wahl gesagt, das war uns auch wichtig, um deutlich zu machen, wie der Wahlkampf zu gestalten ist, dass Rot-Grün-Rot keine Option ist. Ist das dauerhaft durch Hamburg? Ich finde, man kann das dauerhaft und man kann das auch nicht grundsätzlich beantworten. Man muss das vor den Wahlen, vor einer Situation, wo eine Wahl ansteht, bewerten. Ich würde da anderen nicht reinreden wollen, genauso wenig wie ich will, dass uns Hamburger Grünen jemand reinredet. Herr Neumann, die SPD macht in dieser Frage ja einen tief zerrissenen Eindruck im Augenblick. Selbst die Führungsqualitäten oder die Führungsfunktion von Kurt Beck wird wegen dieser Debatte im Augenblick infrage gestellt. Was glauben Sie, wie geht das aus? Zum einen denke ich, dass wir Hamburger uns da sehr wohl zu uns abheben. Wir haben vor der Wahl gesagt, unser Wort gilt. Es gilt auch nach der Wahl. Im Gegensatz zu Hessen? Das ist bisher auch noch nicht raus. Da verweigert sich ja bisher die FDP jedwesem Gespräch. Für Hamburg gilt das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Es gibt keine Zusammenarbeit. Und was in Berlin dort diskutiert wird, ist auch klar auf Bundesebene. Auf Bundesebene gibt es keine Zusammenarbeit. Das hat Olaf Scholz heute auch nochmal deutlich gemacht. Und die Frage, wie sich Landesverbände verhalten, das sage ich mal auch ohne, dass es diesen Bundesvorstandsbeschluss gegeben hätte. Wir Hamburger hätten sowieso immer so entschieden, wir es für richtig halten. Genau wie Anja Heiduck das gesagt hat, wir sind stolz genug und selbstständig genug, dass wir uns keine Vorgaben von Berlin machen lassen müssen. Und unser Kurs ist klar. Kann sich der aber auch auf Dauer durchhalten lassen. Also wenn es tatsächlich so ist, womit viele rechnern, dass die Linke keine kurzfristige Zeiterscheinung in den westdeutschen Landesparlamenten ist. Gibt ja auch Stimmen in Ihrer Partei. Ich sage mal, Ihr Abgeordneter Böwer, der immer für einen intelligenten Gedankengut ist, sagt ja auch, Mensch, da müssen wir mal ran. Ja, der Kollege Böwer wird sicherlich jetzt im Moment noch mit der Auswertung seiner Wahlkreisergebnisse beschäftigt sein. Aber darüber hinaus, glaube ich, liegt es ja erstmal an der Linkspartei, sich selbst zu definieren. Solange eine Partei für sich selbst sagt, wir wollen keine Verantwortung übernehmen, wir machen Rosinenpickerei da, wo es uns passt, machen wir mit. Dort, wo es unangenehm ist, wo auch negative Entscheidungen in der Politik getroffen werden müssen, halten wir uns raus. Ist das nicht ernsthaft eine Option? Und dann geht es über Inhalte, dann müssen wir über Inhalte sprechen. Die sehe ich bisher aber auch nicht, weder in der Bundespolitik noch in der Landespolitik. Kurze Schlussfrage an beide. Wir haben jetzt Sonntag, einen Sonntag nach der Wahl. Wo stehen wir zwei Sonntage nach der Wahl, also in einer Woche, wenn die Sondierungsgespräche durch sind? Was ist Ihre Prognose? Ja, dann wissen wir, glaube ich, mit wem der Bürgermeister die Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Das ist mein Tipp. Aber wer das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir jetzt eine Frage gewesen. Ich bin gespannt auf Mittwoch, aber ich habe da jetzt keine Tendenzen. Und bei Ihnen? Ja, mein Eindruck ist, habe ich vorhin schon gesagt, es wird auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Und ich freue mich darauf, dass die GAL möglichst viele auch sozialdemokratische Inhalte umsetzen wird. Aber bei vielen Themen sind wir ja eine Auffassung. Deswegen wollten wir eine Koalition machen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie das im Koalitionsvertrag dann aussieht. Also in der Opposition wird es nicht langweilig. Okay, das war schon mal ein Wort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir machen hier weiter mit Judith Rackers. Und wir machen hier weiter mit uns.